Ich werde oft gefragt, welchen Autor ich empfehle oder von wem ich am meisten gelernt habe. Und da muss ich sagen, der Denker, der mich am meisten inspiriert hat und mich jeden Tag eigentlich inspiriert, ist Karl Popper. Sir Karl Popper, ein Philosoph, ein österreichisch-britischer Philosoph, der Wissenschaftstheoretiker war. Das klingt jetzt erstmal sehr technisch, aber er hat sich die Frage gestellt, was können wir eigentlich wissen? Wie kommen wir auf unser Wissen? Und das ist eine sehr interessante Frage. Er hat dieses berühmte Beispiel mit den Schwänen. Sagen wir mal, du wärst Biologe. Vor hunderten von Jahren, da gab es noch gar keine Bücher zum Thema Schwan. Und du bist ja eben Biologe und willst was über Schwäne schreiben, ein Buch. Und dann fängst du also an und jetzt geht es um die Farbe von Schwänen. Und du setzt dich also an den See, siehst einen Schwan, er ist weiß, noch ein Schwan ist weiß. Dann wartest du ein paar Tage, alle Schwäne sind weiß. Und dann bleibst du da eine Woche, einen Monat, siehst irgendwie 2000 und sagst dir, okay, wenn ich 3000 Schwäne sehe, dann bin ich mir ziemlich sicher. Und dann schreibst du in deinem Buch, 3000 Schwäne gesehen oder so, oder schreibst, Schwäne sind weiß. Und das ist jetzt deine Erkenntnis. Und je mehr weiße Schwäne du siehst, desto sicherer wirst du. Das war die alte Form der Wissenschaft, nämlich das sogenannte Verifizieren. Also ich halte aus, ich habe eine Theorie und ich halte aus, schauen nach etwas und so bin ich mir sicher. Man kennt das wissenschaftlich bewiesen, verifiziert. Und Karl Popper hat gesagt, das ist völliger Unsinn. Denn stell dir vor, nachdem du das Buch geschrieben hast, Schwäne sind weiß, gehst du, gönnst du dir einen Urlaub in Neuseeland. Ja, vor 400 Jahren ein sehr beliebtes Urlaubsziel für Deutsche. Du bist also in Neuseeland, sagen wir mal. Und dann bist du an einem See, entspannst dich und was siehst du? Einen schwarzen Schwan und denkst dir, scheiße, verdammt nochmal, ich habe mich geirrt. Und das ist eben genau die Theorie von Popper. Er sagt, also, weil die Theorie ist jetzt hinüber, falsifiziert, wie er gesagt hat. Er hat gesagt, du hattest deine Theorie, Schwäne sind weiß. Du siehst einen schwarzen Schwan, was passiert? Die Theorie ist falsifiziert, widerlegt. Du hast eine neue Theorie und die ist besser. Denn die Theorie sagt, Schwäne sind schwarz oder weiß. Warum ist das interessant? Weil du merkst, Verifikation bringt ja gar nichts. Das heißt, ob du 1000 weiße Schwäne siehst oder 100.000 weiße Schwäne, du musst nur einen einzigen schwarzen Schwan sehen. Einen einzigen und die Theorie ist dahin. Das heißt, Popper sagt, Verifikation ist Blödsinn. Weil du nie die ganze Welt, du kannst nicht alle Schwäne der Welt auf einmal sehen, das geht gar nicht. Nein, du schaust eben anstatt nach weißen Schwänen. Wir schauen immer nach Verifikation. Die Confirmation Bias führt dazu, dass wir immer nur bestätigen wollen, was wir sowieso schon denken. Und da finden wir immer irgendwas. Stattdessen sagt er, wenn ich wirklich mich weiterentwickeln will, wenn ich neue Erkenntnisse gewinnen möchte als Wissenschaftler, als Mensch, dann muss ich nach schwarzen Schwänen Ausschau halten. Das heißt, ich schreibe auf, Schwäne sind weiß. Was mache ich als nächstes? Schaue nach nicht-weißen Schwänen. Frage also rum. Hat jemand einen nicht-weißen Schwagen gesehen? Gucke überall, bereise die Welt. Und das ist der Punkt. Und er sagt, der wahre Wissenschaftler, der ehrliche, wahre Wissenschaftler, versucht nicht, seine Theorie zu bestätigen, sondern er versucht, seine Theorie zu widerlegen. Und es klingt negativ, ist es aber nicht. Weil Widerlegen führt zu einem neuen Erkenntnislevel. Aus der ersten Theorie wird die zweite Theorie. Und die beinhaltet ja schon die Fehler, die man gefunden hat und ist deswegen besser. Er sagt Newton zum Beispiel. Isaac Newton, der große Physiker, hat die Welt verändert mit seiner Theorie, aber er wurde nach hunderten von Jahren widerlegt von Einstein. Und Einstein hat ein Buch geschrieben darüber, wie er widerlegt werden kann. Einstein hat geschrieben, wenn das passiert, bin ich widerlegt. Wenn das passiert, ist meine Theorie widerlegt. Und Popper hat gesagt und auch mit Einstein korrespondiert, das ist wahre Erkenntnis. Das ist wirklich der richtige Wissenschaftler, der eben nach Widerlegung Ausschau hält. Und das ändert das ganze Denken. Und wir sehen, ob es Elon Musk ist oder ob es Henry Ford ist, alle großen Unternehmer, der Gründer von Ikea, Kampra, alle sagen, das Wichtigste ist, du musst scheitern. Du musst scheitern, denn durch das Scheitern lernst du etwas. Anstatt eben immer zu versuchen, dich zu immunisieren und zu sagen, ich bin toll, ich bin toll oder ich weiß und immer nach Bestätigung für dich Ausschau zu halten, alles das, was du denkst, versuch es zu widerlegen. Und so kommst du auf ein neues Erkenntnislevel. Und es ist interessant, Popper ist der Philosoph der Könige und Staatsmänner. Staatsmänner, ob Helmut Schmidt, Václav Havel, George Soros von der Open Society Foundation, der Hedgefonds, Milliardär aus New York, waren Schüler von Karl Popper. Charles Koch, also der Koch Industries, Koch Industries in den USA, Milliardär, ein großer Anhänger von Popper. Margaret Thatcher in England, Anhänger von Popper, der König Juan Carlos aus Spanien. Alle die, die Praktiker, die wirklichen Praktiker, die etwas nachdenken und sagen, okay, wir müssen eben kleine Schritte gehen und immer versuchen, nach der Widerlegung Ausschau zu halten und dann besser werden. Und deswegen, Popper ist auch gegen Revolution. Er sagt, Revolutionen sind Unsinn. Wir müssen Schritt für Schritt Sachen verbessern durch Versuch und Fehlerausmerzung. So entwickelt sich unsere Erkenntnis, unsere Gesellschaft, unser Wissen weiter. Und so ist es letztendlich auch in Verhandlungen. Wenn ich in die Verhandlungen gehe, anstatt Bestätigung mir zu suchen für das, was ich sowieso schon denke, ich denke, ach, der will bestimmt das und das, stelle ich immer das, was ich denke zu wissen, in Frage und versuche, liege ich richtig damit, liege ich richtig damit, stelle Fragen, um zu lernen, wirklich zu lernen. Und das macht mich viel besser, viel effektiver und ich lerne so auch jeden Tag. Das bedeutet nicht, dass ich sage, alles ist Quatsch, wir wissen nichts. Naja, nicht wir wissen nichts, sondern wir wissen einfach noch nicht, ob es das war. Es ist also eine evolutionäre Theorie der Erkenntnis. Und Popper sagt, es gibt eine absolute Wahrheit. Das ist nicht Meinung. Es gibt nicht nur Meinung. Nein, es gibt eine absolute Wahrheit und deren nähern wir uns halt immer an, indem wir alles, was falsch ist, langsam eliminieren und es wird halt immer besser und besser. Sind wir bei der Wahrheit? Man weiß es nicht in der Physik, in der Chemie, aber wir nähern uns der Sache an. Und das ist Poppers Theorie, Falsifikationismus oder der kritische Rationalismus, wie er auch genannt wird. Aber es spielt keine Rolle, Worte spielen keine Rolle. Es ist die Idee, die zählt. Und ja, sie hat mein Leben verändert. Und wenn du wissen willst, wie du diese Theorie, das tatsächlich umsetzt in die Praxis, dann würde ich mich freuen, dich in meinem Seminar zu begrüßen oder natürlich, wenn du dir einfach meine Online-Erkenntnis anschaust oder mich einfach abonnierst für weitere Erkenntnisse.